Herzlich Willkommen auf Consutec. In diesem Video geht es um die besten Garming Laptops. Der Qualitätssieger in unserem Garming Laptop-Test geht an den Razer Blade 15. Der Intel Core i7-1750H-Prozessor der 10. Generation mit seinen 6 Kernen steht beim Razer Blade 15 für ultimative Performance für Gamer und Kreative mit 2,6 sowie 5,0 GHz. Noch schneller spielen. Die Nvidia GeForce GTX 1660 Ti mit ihrer preisgekrönten Nvidia Touring-Architektur ist ein echter Turbolader für die beliebtesten Spiele von heute. Dank einem 15,6 Zoll großen Full-HD-Display 1920x1080 Pixel mit 120 Hz wird die Action auf dem Bildschirm unglaublich flüssig und ruckelfrei dargestellt. Hol dir deinen Vorteil beim Garming mit einem schnellen Display und Nvidia GeForce. Im ebenso kompakten wie leichten Aluminium-Gehäuse warten unglaubliche Leistungsreserven auf ihren Einsatz, die man bei einem so kompakten Notebook niemals erwarten würde. Das Razer Blade 15 bietet das volle Programm an Konnektivität inklusive Webcam, Wireless AC, Bluetooth 5, 2x USB-A, 2x USB-C und noch viel mehr. Dank THX Spazial Audio kann dieses Razer Blade 15 Basismodell auch bei Stereo- und Mehrkanal-Inhalten ein immersives Sounderlebnis bieten, weil sowohl über Kopfhörer als auch Lautsprecher alle Klänge mit punktgenauer Präzision wiedergegeben werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Lenovo IdeaPad Garming 3i. Ganz egal, auf welches Game oder welchen E-Sport sie gerade stehen, mit dieser mobilen Garming-Maschine sind sie der Boss auf dem Spielfeld. Mit bis zu Intel Core i7-Prozessoren der 10. Generation und Nvidia GeForce GTX 1650 Grafik haben sie eine Menge Power unter der Haube mit der sie ihr Garming und E-Sports auf ganz neue Levels bringen. Auch wenn es mit voller Power heiß hergeht, bleibt das IdeaPad Garming 3i dank optimierter Kühlungstechnologie immer im grünen Bereich. Mit überragender Bilddarstellung auf einem Full-HD-Display mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate und der fürs Garming optimierten Tastatur sind sie ganz vorne dabei. Leistungsstärke Hardware bedeutet ohne wirkungsvolle Kühlung gar nichts. Das IdeaPad Garming 3i wurde so entwickelt, dass es auch bei heißer Garming Action stets im grünen Temperaturbereich bleibt und das bei niedriger Geräuschentwicklung. Die richtige Tastatur-Ergonomie kann den Unterschied machen bei langen Marathon-Garming-Sessions. Die großzügig ausgelegte Tastatur des IdeaPad Garming 3i kommt mit Media-Tasten, einem Nummernblock, großen Pfeiltasten und einem um 30% größeren Trackpad mit Windows-Präzisionstreibern. Das edle und moderne Design des IdeaPad Garming 3i macht großen Eindruck. Die spezielle Gehäuselackierung in Chamäleon-Blau mit changierenden Lichteffekten auch in mattem Onyx schwarz erhältlich und schicke schmale Displayrahmen passen optisch ins Gesamtkonzept. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Garming-Laptop-Test ist das HP Pavilion Garming 15 EC, HP Pavilion Garming 15 EC Garming Notebook mit 15,6 Zoll Full-HD-Display mit 144 Hz, AMD Ryzen 5 5600H-Prozessor und Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB Grafikkarte. Der AMD Ryzen 5 Prozessor liefert wahrhaft beeindruckende Leistung. Revolutionäre Technologie für unglaubliche Geschwindigkeit, auch bei anspruchsvollen Multimedia-Anwendungen. Garming und Streaming wie nie zuvor mit der Nvidia Turing-Architektur. Mit der Nvidia GeForce GTX 1650 erhalten Sie volle Power für eine reibungslose und hochauflösende Grafikleistung. Der HP Pavilion Garming mit 15,6 Zoll Full-HD-Display bietet volle Performance für Garming und Entertainment. Mit leistungsstarker Hardware, beleuchteter Tastatur und optimiertem Lüftungssystem-Laptop im kurzen Überblick. HP Pavilion Garming 15 EC 15,6 Zoll Full-HD IPS 144 Hz Garming Laptop. AMD Ryzen 5 5600H, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Nvidia GeForce GTX 1650 mit 4 GB, Windows 10 Home das Garming Laptop in der Farbe schwarz. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.